Wir haben am 27. Dezember 2022 die Insel Mainau besucht, genauer gesagt den Christmas Garden. Den Gedanken hatten mit uns viele andere Menschen, die gemeinsam geduldig auf der Straße warteten, bis die Parkplatzeinweiser uns einen Platz zugewiesen hatten. Informationen zu Preisgestaltung und ähnlichem erfahrt ihr in der Infobox. Ansonsten nehmen wir euch gerne mit auf den Rundgang, der im Einbahnstraßensystem gestaltet ist und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir Aloisia und Joachim. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.